Einen wunderschönen hier wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt. Ich bin der Dennis. Willkommen bei Tukai auf Deutsch. Ihr seid es. Wirklich ihr seid es. 6.000 Abonnenten. Richtig krass. Es hat einen Tag länger gedauert. Diesmal zwei Tage, aber ist vollkommen egal. Ihr seid wirklich so geil. Ihr seht, wir sind gerade unterwegs. Und von Termin zu Termin. Ich habe auch noch ein bisschen was Videotechnik für euch gemacht. Ich wollte nur nochmal Danke sagen für die 6.000 Abonnenten. Wirklich richtig, richtig stabil. Ihr seid wirklich die beste Community, die man sich als YouTuber nur vorstellen kann. Wirklich. Also ihr seht, mein Essen ist leider nicht ketogen. Bekommen halt nicht dazu. Also jetzt muss ich leider Brot essen. Ich denke mal, die Waage wird es mir morgen auch wieder zeigen. Aber für euch bin ich gerne unterwegs. Es sind auch ein paar Sachen in der Pipeline. Heute Abend wird noch kommen das Video von Ombesh Temmus. Wie gesagt, nochmal tausendmal Dankeschön für die 6.000 Abonnenten. Ihr seid wirklich super, super. Und seid gespannt auf die Dinge, die da kommen. Vor allen Dingen das Anwaltvideo, wie ich schon gesagt habe. Alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin habe ich die Ehre. Ciao, Leute.